. 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 erst mal Frankreich selber zu sehen und es ist einfach schön, mit anderen Leuten zusammen zu sein und die auch kennenzulernen und auch ihre Kultur und ihr Sportschießen allgemein. Es ist interessant, die anderen Schützen in so einem jungen Alter schon kennenzulernen und die dann später auf den internationalen Wettkämpfen zu sehen und danach bekannte Gesichter zu sehen. Es ist eine große Chance für mich, eine sehr gute Erfahrung zu erzählen, die Französisch zu erzählen und hier zu sehen, das ist sehr gut für mich. Ich erinnere mich, dass wir viele Dinge von unserem Land lernen, aber auch wenn wir Dinge lernen, und auch auf dem Trapp, wir sehen, dass die Sprache nicht eine große Barschung zu sehen. Wir erreichen uns nicht zu kommunizieren. Es ist einfach die Erfahrung an sich selbst und auch das Training bringt einen ja auch weiter. Es ist interessant, die Techniken, zum Beispiel auf 10 m, wo sie nicht auf 10 m, wo sie sehen, wie 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 sie sehen. Wir schließen auch nach einem ganz anderen Technikmodell als wir Deutschen, was eventuell auch besser oder schlechter ist als unseres und da kann man sich einfach austauschen. Das ist eine neue Information für mich. Das ist eine neue Information für mich. Denn in Deutschland, wir machen uns etwas anderes. Also, es ist sehr informativ. Das Training des Tiers sind die meisten, die zwischen den Français und den Allem. Zum Beispiel, am ersten Tag, als wir zum Training gekommen sind, haben sie uns die Maschinen blockiert. Sie haben uns 50x das gleiche Platt gemacht. Also, wir machen uns das nicht. Die Position ist ein bisschen anders. Und auch der Rhythmus, ich denke. Aber es ist keine große Unterschiede. Ja, die Stimmung ist echt in Ordnung. Wir verstehen uns alle sehr gut. Es ist gut, es geht. Es ist schwierig. Aber später, wenn wir mit Mimes oder auf Internet recherchieren, geht es gut. Es ist etwas kompliziert, aber wir kriegen das nicht. Wir können uns immer verstehen, wenn wir uns verstehen wollen. Und es ist gut, dass wir uns alle von unserem Weg machen. Wir können uns sympathisieren. Die Wattwanderung hat mir sehr gut gefallen. Weil ich immer immer mehr machen wollte. Und das haben wir hier jetzt gemacht. Eine gute Woche. Sehr, sehr gute Woche. Es ist gut, es ist eine gute Ambienste. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut für die Jungen. Es ist eine sehr gute Erfahrung für mich. Und ich denke, auch für die France-Franceen. 1, 2, 3. Le Five, es ist sehr gut. 1, 2, 3. 5, 5, 5, 6. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 10, 10. Untertitelung des ZDF, 2020